Hallo So ne Scheiße War das geplant? Du musst aufwärts da rüber Nicht nachmachen Einfach rüber Ich hab's nachgemacht Gut ne Ich bin sehr stolz auf Fisch Was du machst Muss ich auch machen Kein perfektes ANG aber sehr sehr gutes ANG Zwei Stunden Elf Fünfzig mindestens Das war sein Schrei der Männlichkeit Sieger Boom Aber ich hab auch viele rausgehauen Ach ne wir sind gar nicht Sieger Hahahaha Ich hab gedacht wir hätten gewonnen Ups Da stand Sieger Dachte ich wir hätten gewonnen Ihr seid so blöd Aaaaah Schnauze Das war wie witzig Never Was hab ich gemacht? Ihr habt das Spiel kaputt gemacht Deswegen würde ich auf jeden Fall auf 30 runter gehen OBS Shiny Hä? 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 Ha! Drüber gesprungen ich bin so ein Pro ist unglaublich War das richtig? War das richtig? Ich hab auf jeden Fall einen Punkt gemacht Steht 3-2 Boah der letzte Punkt von mir Der war so geil Aus der Luft geschnappt Aus der Luft geschnappt Drüber gesprungen Ich hab's gewonnen Leute Hab's geholt Hab's geholt Hab's geholt Leute Fürs Team Hehehehe Was verwirrt mich? Aaaa bleib da stehen! Und wehe du bewegst dich! Skopple hab mich schon wieder gekillt Komm her! Du willst doch auch! Ohhhh Boom Jenge Da ist er doch Alles gut ab schrukturen auch fast dazu Ostras 食 so